hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Herdworld eine Folge von Herdworld und wir sind hier in der ich bin hier hinten gespawnt und ich bin auf den EU West Server, das ist ein Spiel, da gibt es nur Server und ich habe so das Gefühl ich habe so das Gefühl, oh, Vs Lautsprecher kann man in-game sprechen, da sag ich mal sehr gut Optionen, ich habe hier überhaupt noch nix nachgeguckt, Steuerung Primär, Sekundär, ja ich friere ein bisschen, Spring ist Leertaste, Interact E Escape Menü, Hocke C, Artikel wegwerfen, Kuh, das kennt man alles von Minecraft Inventar öffnen ist Tab, Tab, sehr gut Nachladen, Tab, Inventar, Spielstatistik, Optionen Okay, wir haben noch nix Warte mal, Tab, Handwerk, was kann man da machen, wir haben 20 Holz Ähm, Temperatur 250 Grad Okay, hier vorne ist ein Stock, Interact können wir mit E, das bedeutet, ich hole mir jetzt mal ein Stock Mir ist es kalt Äh, E Cool Also ist es wie gesagt Multiplayer, das heißt wir können auch hier auf, äh, Mitspieler treffen, die hier, oh hier vorne ist noch ein Stock Äh, die uns wahrscheinlich killen Äh, es gibt hier, also wenn ich F2 drücke, da bin ich jetzt in den First Person, nochmal F2 bin ich in den Third Person Äh, es gibt Äxte, ich bin mal sehr gespannt, ob ich diesen Baum fällen kann Nein, noch nicht Wahrscheinlich erst wenn ich eine Axt habe ist hier ein Stock Nein Kann ich hier hoch gehen Wir probieren mal hier hoch zu gehen, dass wir einen besseren Überblick haben Einfrieren Es dauert noch gut 80 Sekunden bis ich einfriere Ich muss mir wahrscheinlich irgendwie ein Feuer machen Aber wie macht man sich Feuer Wie macht man sich Feuer Hier unten ist ein Fluss Was ist das? E E E drücken zu benutzen Ne Äh Tab Achso Äh Step Geschwindigkeit Ich guck ganz kurz mal hier in den Optionen Was denn hier Äh Essen 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 Hands up Äh Facepalm Äh Essen Essen Hallo Essen Äh Grafik Essen Essen Ah Mit linker Maustaste Ok Und es ist ein Sekunden oder wir sterben Und wir kriegen keinen Fallschaden Ja wir frieren jetzt erstmal ein Schöne erste Folge 1 0 1 0 1 0 Äh Kriegen wir Schaden Also Müssen wir schnell handeln Was können wir denn damit machen Können wir das irgendwo hinsetzen hier E Können wir aus diesen Sachen oder mal Handwerk und erreichende Ressourcen Lagerfeuer 20 Holz und 5 Kohle wie findet man Kohle? wir brauchen ja erstmal Werkzeuge ähhhhh wie, nein, wie war das jetzt? coole Geräusche auf jeden Fall, Handwerk hier, Handwerk, Werkzeuge ach so, brauchen erstmal 20 davon, um, ja hier ist eine Landstraße sag mal lustig, es wird langsam wieder Tag aber ich kann diesen Baum ja auch nicht fällen, ja ne? kann ich ja nicht tun und es bleibt nur 20 Sekunden und das ist wahrscheinlich irgendeine Base und ich bin gleich tot wurde durch Selbstmord getötet, steht ja auch grad hier im Chat, das ist manche sich selbstmorden kann natürlich sein, dass das ja, respawn in 8 Sekunden sehr schön also, das Ziel ist erstmal 20 Holzbalken, wow ja, hier bin ich auch gespawnt und es wird Tag ähh ähh ich glaube jetzt mal in die Richtung davon ist ein Holzbalken also das Symbol jetzt was grad unten erscheint bedeutet, ähh durch Hitze tot sterben und und von ist auch noch ein Stock wir sammeln jetzt erstmal 20, ähh Stöcke so, ein Stock und zwei Kohle haben wir schon mal ein Stock und zwei Kohle guck mal wieviel Stöcke hier sind ich finde es noch ein Stein so oder was ist das ne, das Springen ist mal nicht grad sehr schneller aber die bekloppte Eichen-Taktik funktioniert ja nicht so ist ein Stein Feuerstein ist das sehr schön vielleicht brauchen wir den irgendwann mal so, vier Holz wir laufen einfach mal hier an der Seite lang vielleicht finden wir hier noch mehr was hier so rumliegt kann man den Chat schreiben wahrscheinlich mit T oder oder mit Y oder H H Achmittag kann man hier grüßen äh warte mal da trinke ich mal kurz F2 oder F2 dass ihr euch das angucken könnt wie wir das machen warte mal wie war das G oder ein Gruß so dann Mittelfinger ja gut Hände hoch ist er lustig so die Luft warte mal die Luft warte mal äh auch wir das klasse nicht geschafft sehr gut äh und äh haben wir sie ja genau wenn man aufgibt G drücken steh auf und von es wäre nicht töten ich bin kein gegner von dir in kein gegner von dir ein friendly also man kann ja wie gesagt reden wenn ich die klasse drückt braucht eigentlich keine steine brauchen holz vorher jetzt wieder sterbe suche ich erstmal mehr holz hier sind noch mehr steine ich weiß nicht wenn man gewisse anzahl an sachen im inventar hat live und youtube so der stock aufheben hat dann schon eine spitzhacke da weiß man ja schon wird das ja so abläuft hier ist noch ein stock was mal in der werkbank müssen da ist meine geschaffen der werkbank zu schaffen und da müssen wir erst mal hier stöcke dann wieder zwei kohle hier ist wieder ein stein hier ist wieder ein stock das auch stock haben wir heute das mit denen hallo hallo was weiß noch so man auf englisch ich bin kurz sehr verplex was die sache angeht ich könnte im kreis gelaufen sein könnte gut möglich sein wir haben schon mal 45 prozent geschafft finde ich schon mal sehr gut wahrscheinlich sind die bei mir draußen da dann irgendwann mal mit der axt oder durch fallschaden der fallschaden gibt es doch meine lieben freunde wir haben ja gerade nur so ein wedel hier an ihr seht so eine schöne hose mit einem strikt durch also gar nicht mal ein gürtel ist ein strikt man kann sich zwar nicht von vorne sehen da drüben sind zwei stöcke los kann ja irgendwie springen kann man springen w shift ne hinten rennen eine und von da sind ganz viele gegenstände kann mir irgendwo was anzeigen lassen Prozent Prozent was passiert wenn ich auf eins drückt f3 f4 f5 f6 7 8 9 10 11 12 Screenshot f12 ist der Screenshot ein so einen holzblock noch einen holzblock 50 Prozent 55 Prozent läuft doch langsam ein feuerstein gehen wir ja hoch hier oben habe ich auch noch was gesehen dort sehe ich ihn schon den steinen äh den stein säge ich den holzblock Dankeschön Da drüben ist auch noch was Oh, hier sind ganz viele Stöcke Sehr gut 60% angelangt Oh, da drüben Die Stöcke die respawnen immer Das ist sehr gut Den großen Holzstock Den Holzstock Den Holzstamm Den kann man auch irgendwann mal Wenn man eine Axt hat zur Kloppen Und ich brauche ein Workbench Wer das nicht versteht Kann ich das auch mal übersetzen Er hat gerade gefragt Beziehungsweise Er hat gesagt Dass er Essen braucht Und ich habe darauf geantwortet Und ich brauche Oh, hier steht eine Werkbank Ich sag mal, Hammergeist Kann ich ihn benutzen? Cool, ich kann ihn benutzen Äh Das ist ein Sperr Waffen Ausrüstung Hache Hahaha Okay Wir brauchen Werkzeuge Eine Axt Äh Herstellen Haben wir das jetzt hergestellt? Eine Steinspitzhacke Auch die Bausteine Da haben wir bloß zwei Das ist natürlich eine Eisenspitzhacke Ist er logisch Braucht ein bisschen mehr Titanium Wow Okay Das wird ja immer besser Ein Kompass kann man auch Craften Ein Bauhammer Eine French Also Ein Böller Wird das hier bezeichnen Ich bezeichne es als Dynamit Eine French Eine French Ist hier so ein Schraubenschlüssel Hm Eine Feuersteinaxt Haben wir die jetzt hergestellt? Frage ich mich kurz mal Ich gehe mal hier raus Und drücke mal Tab Und ich sehe nix Ich Ich Tu nochmal Interagieren Und tu nochmal Unzureichende Ressourcen Wir haben Wir haben hier 16 Feuersteine Und Guck mal 255 Können wir maximal aufnehmen Und 15 Holzbretter Müssen wir die irgendwie rausziehen? Ah Jetzt können wir die herstellen Ich verstehe Cool Und jetzt kann ich das hier runterziehen Ah Jetzt können wir hier das ganze Holz absnacken Und mit der Axt die Werkbank abbauen Geht das irgendwie? Könnt ich die abbauen? Glaube ich nicht Ähm Das kann man auf jeden Fall ab Ah Baumrinde Sehr gut Kann ich jetzt einen großen Baum hier abbauen? Nein Das geht nicht Der Qualis umgeschlagen geht auch nicht Hmm Ich kann jetzt auf jeden Fall eine eigene Werkbank herstellen Wir haben jetzt hier Das ist Baumrinde Okay Hier ist noch ein Stein Tinten Tinten das nochmal so So ein Holzding Also Ich brauche auf jeden Fall Äh So 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 Jetzt haben wir 5 Steine Ich tue jetzt hier nochmal Wiesen abbauen Wir müssen sich auch irgendwie nicht ab Oder Wir müssen sich auch irgendwie nicht ab Wir müssen noch ein Feuerstein Und rennen mal wieder zurück zur Werkbank Die dort irgendjemand platziert hat Guck mal dort oben ist schon noch eine Base auf dem Berg Es gibt verschiedene Biome Es gibt verschiedene Biome Es gibt ein Winter Biome und sonst was Wahrscheinlich keine Karte irgendwo Damit keine Ahnung was für eine Funktion Kein abbauen Kein abbauen Wo ist die Werkbeachter Das ist ein Stein Ja Zwei Steine sogar Und ein Feuerstein noch hinzu Zu mir nochmal interagieren Und eine Steinspitzhacke Dazu Zu mir Diesen da Und diesen da Und diesen da Du machen mal das hier selbst stellen Und da haben wir eine Spitzhacke Und das du mir wieder hier raus So Ich kann die nicht Wenn ich die E Kann ich die irgendwie mitnehmen Also Diese Bergbank Natürlich Ich könnte auch mal Dieses ganze Zeug Hier rüber tun In mein Inventor Warte mal Tab Das ist Viel besser Ähm E Genau Materialien Holzplanken Munition Waffen Warte mal Munition Pfeil Äh Was es hier alles gibt Haare Maschinen Ach ja Lagerfeuer wollte ich mir Craften Damit ich in der Upsala In der Nacht nicht erfriere So Haben wir Ein Lagerfeuer Immer noch sehr interessant Wie man Eine Feuergrube Eine Truhe Schließfach Hochofen Ein Schild Oh Schüttel gefallen mir Ein Kühlschrank Wir nochmal cool Ein Bohrer Ein Schneebergbaubohrer Okay Es wird langsam wieder Nacht Ich muss mir jetzt Oh Dort ist ein Ein Reh oder eine Garzelle Ich habe Hunger Ich bin sehr hungrig Was steht dort Server Shutting down In 5 Minutes Das bedeutet Das bedeutet was Das er in 5 Minuten Restartet Wie viel sind wir hier gerade drauf Würde mich interessieren Oh was wird es Nacht Also drüben kann ich was abbauen Warte mal Wenn ich In diesen Bischen Ach ne das ist kein Busch Verdammt Feuersteinstein Ok jetzt aufriere ich langsam wieder wahrscheinlich Deswegen werde ich mich jetzt mal wenn ich oben auf dem berg bin an den feuer setzen 11 minuten bin ich verhungert Und jetzt bin ich auch gleich Ja ich drück mal wieder Tab Hol ich mal mein Lagerfeuer raus Und setz das mal hier hin Kriegt man so einen Bereich angezeigt wo man bauen kann Äh So Interagieren eh Holz Braucht das Ding Nicht alles Holz Licht So kann ich da sterben Ok man kann durch Feuer laufen Äh So bauen wir uns mal hier den Den Grübel ab Sieben Holzblöcke Bekommen wir da raus Hier unten ist noch ein Kleiner Holzknüppel Und hier ist noch ein Stein Bei dem Feuer müsste es mir doch jetzt eigentlich nicht mehr so Kalt sein Ja erstmal hier ein Screenshot machen Für das Thumbnail Und Ich würde sagen weil das hier alles Warte mal E Okay Dann tun wir es wieder hier rausnehmen Ich werde es nicht mehr Ich werde es nicht mehr Hier Das Lagerfeuer hier wieder Das Lagerfeuer hier wieder Hmm Ich werde es sagen in der nächsten Folge werden wir uns Richtung andere Begeben Und wir warten auf jeden Fall erstmal die Nacht ab Wo ist der Mond Über uns Okay Weil der Server hier auch gleich neu startet Da haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit So ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Ich bin jetzt natürlich Eisos und ihr seht erstmal richtig im Fernsehen Und ich hoffe euch gefällt dieses Spiel Und dieses Spiel heißt Handworld Könnt ihr mal einen Positiven Äh eine positive Reaktion in den Kommentaren da lassen Oder Dies durch einen Like Des Videos Oder sogar ein Abonnentchen Äh wenn ihr Lust drauf habt Nur natürlich wenn ihr drauf Lust habt Ich zwinge ja niemanden zu irgendwas Und in 3 Sekunden ist das Server dicht Höchstwahrscheinlich Oder wird neu gestartet Ja meine lieben Freunde Bis zur nächsten Folge sage ich dann Tschüss Und wie es euch gefällt die Kommentare Bis zum nächsten Mal